Grüezi und herzlich Willkommen auf der Newsletter von Thomann Nutzfahrzeug AG. Als einer von über 3200 BPW-Servicestationen weltweit verfügen wir unseren Filialen in Frauenfeld und Chur Industriestrasse neu über das Breitsortiment am BPW-Originalersatzteil für Anhänger und Aufliegerachse. Durch die hohe Teileverfügbarkeit generieren wir Ihnen kürzere Reparaturzeiten, damit Sie schnell wieder unterwegs sind. Erfahren Sie mehr dazu von unserem Gesamtleiter Ersatz der Lager Markus Markwart. Mit originalen Ersatzteilen von BPW fahren Sie besser. Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt und passgenau. Für die gängigsten Achsen für Ihren Anhänger oder Auflieger haben wir eine Vielzahl an Komponenten wie Radlager, Bremszangen, Bremsschinger, Luftfeederbälle, Stossdämpfer und vieles vieles mehr für Sie an dem Lager. Nicht vorrätige Teile organisieren wir und schaffen wir für Sie innerhalb von 24 Stunden. Bei der Beratung rund um die Ersatzteile für Ihren Anhänger oder Auflieger stehen Sie im Mittelpunkt. Rufen Sie uns an. Unsere geschulten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Ersatzteillager helfen Ihnen gerne und beraten Sie, wo Sie noch können. Vom Zürichsee in die Ostschweiz bis in die Südterle von Graubünden. Mit unserem bewährten Ersatzteillieferdienst liefern wir Ihnen den Ersatzteil auch ins Haus und das auch just in time. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ersatzteillieferdienst